Jungsmusik! 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 Hartmut Rosa erschienen im Kohlhammer Verlag und ja normalerweise wenn Bücher hier besprochen werden ist es meistens irgendeine Biografie einer Band. Es sind lustige Bücher, es sind Romane, es sind Kurzgeschichten oder so. Dieses Mal haben wir tatsächlich ein soziologisches Sachbuch und zwar erstmal der Kohlhammer Verlag ist kein Musikverlag oder sowas. Das ist kein Populärverlag, die machen Sachbücher und zwar wissenschaftliche Bücher, also schon so das Zeug, was in der Unibibliothek steht und was man halt braucht um zu studieren oder wenn man sich wissenschaftlich mit etwas beschäftigt. Klingt erstmal ziemlich dröge würde ich sagen. Naja, jetzt haben wir Hartmut Rosa im ersten Band der Reihe Metalbook. Es wird eine Reihe und Hartmut Rosa habt ihr vielleicht schon mal gehört den Namen. Der Mann ist also eine der absolut bekanntesten Soziologen in Deutschland, hat einen Lehrstuhl für allgemeine und theoretische Soziologie an der Universität in Jena, hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht und ja ist Spiegel Bestseller Autor. Und man sieht ihn auch immer mal wieder im Fernsehen oder hört ihn im Radio. Also jemand, den man auch dann fragt, wenn es um soziologische Dinge geht, um Themen. Und ja, das hört sich schon wieder dröge an. Ist es aber gar nicht. Wie gesagt, das Ganze soll eine Reihe werden. Metalbook heißt das Ganze bei Kohlhammer und bis jetzt sind zwei erschienen. Eins ist in der Pipeline und kommt jetzt gerade raus, wo ich dieses Video aufnehme, glaube ich. Und ja, soll halt eine Reihe werden, die sich auf einer anderen Ebene mal mit Metal beschäftigt, als man das sonst so gewohnt ist. Und die Geschichte ist wohl diejenige, dass der Mann vom Verlag, der das da irgendwie in die Wege geleitet hat und die Idee hatte, gesagt hat, boah, dann wäre es ja mega geil, wenn Hartmut Rosa, der hört Metal, wenn der ein Buch drüber schreiben würde und das soziologisch mal betrachten würde. Und die hatten dann auch schon so, ah gut, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Der Mann ist, wie gesagt, in seinem Fachbereich und in dem ganzen Drumherum, ist der halt sowas wie ein Star. Also ist halt eine andere Bubble, eine andere Welt, als wir es gewohnt sind. Der Mann hat keine Pyro-Effekte bei seinen Vorlesungen, aber sehr viele offene Ohren, sagen wir mal so. Und der ist halt wirklich viel beschäftigt, haut halt auch regelmäßig Bücher raus, wie gesagt, ist ständig in den Medien zu sehen und forscht natürlich auch und hat einen Lehrstuhl, wie gesagt. Und die hatten da wenig Hoffnung, dass da was raus wird und dann haben sie halt bei seinem Management oder so angerufen und gefragt, so ja, wir hatten dies und dies Projekt, wäre da wohl was frei. Und die haben dann schon gesagt, vergess es, die nächsten zwei, drei Jahre sind komplett dicht und das wird nichts und die wollten ja jetzt damit starten. Insofern haben sie es dann ad acta gelegt und kurze Zeit später hat wohl Hartmut Rosa selber bei Kohlehammer angerufen und gesagt, voll geil, mach ich. Und solche Geschichten finde ich ja schon mal immer ganz gut. Es ist eine kleine Soziologie des Heavy Metal. Das Buch ist nicht besonders dick. Der eigentliche Teil, wenn man jetzt mal vom Glossar absieht, sind so 160 Seiten. Und ja, worum jetzt, was ist das Ganze? Es ist wirklich ein soziologisches Sachbuch. Das mag erstmal abschränkend wirken. Man muss dazu aber auch sagen, Hartmut Rosa, Professor Dr. Hartmut Rosa, weiß halt schon genau, welches Klientel er jetzt anschreibt oder beziehungsweise er weiß es nicht. Er äußert in dem Buch auch tatsächlich seine Bedenken, ob es seinem soziologisch geschulten Publikum nicht zu populärwissenschaftlich ist. Und Heavy Metal ist immer noch irgendwo verpönt. Wir sind zwar im Mainstream angekommen, aber es ist auch teilweise immer noch so Gossenkunst, bla bla bla. Und andererseits hat er halt die Befürchtung gehabt, dass es den Metal-Fans zu wissenschaftlich ist. Und diesen schmalen Grad tänzelt er halt diese 160 Seiten auch immer entlang, was ich sehr spannend finde. Dieses Buch ist in gewisser Weise ein doppelter Seiltanz. Einerseits soll es kein wissenschaftliches Buch sein, sondern der Versuch einer Selbstdeutung aus Fansicht und Fan erleben. Es soll ein Best Account liefern, das heißt die beste mir mögliche Erklärung dafür, was in und mit dieser Musik vorgeht. Bei einer solchen Erklärung oder Deutung komme ich andererseits aber nicht ohne das Vokabular und Instrumentarium aus, das ich mir als Soziologe angeeignet habe. Darin lauern zwei Gefahren. Wenn ich es schlecht mache, legen die Musikfans das Buch an dieser Stelle beiseite, weil ihnen das Soziologengeschwurbel zu abgehoben und substanzlos vorkommt. Und zugleich verliere ich die Anhängerinnen meiner soziologischen Theorien, weil sie es nicht glauben können, dass ich solch klischeehaftes und brutales Zeug solchen Krach theoretisch ernst nehme und auch noch als eine vertikale existenzielle Resonanzerfahrung verkaufen möchte. Nun denn, sei es drum, ich nehme beide Risiken in Kauf, denn ich möchte weder den Soziologen vor den Fans verstecken, noch den Fan vor den Soziologinnen. Wer wirklich verstehen will, darf sich von derlei Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen. Es geht so ein bisschen darum, warum hören wir überhaupt Metal? Was ist eigentlich das Faszinierende an Heavy Metal? Warum ausgerechnet diese Musikrichtung und warum hat diese Musikrichtung jetzt im letzten halben Jahrhundert so viele Leute so nachhaltig beschäftigt? Weil das gibt es ja kaum in einem anderen Genre, dass man sich so sehr mit seiner Musik identifiziert. Das ist, glaube ich, nur noch im Hip-Hop so üblich. Bei allen anderen Sachen, ja, dann hört man das halt. Oder man hört es zeitweise, wenn es so Teenie-Musik ist oder sowas. Das ist ja auch für eine bestimmte Alterszeit auch. Und auch wenn unsere Eltern immer gesagt haben, das wächst sich raus und ja, irgendwann wirst du schon vernünftig oder sowas. Metal ist ja schon was fürs Leben. Also natürlich gibt es Leute, die das nur als Faser ansehen, aber gut, das sind auch keine richtigen Metal-Fans. Das sind Metal-Benutzer. Ich glaube, das kommt auch in dem Buch vor. Und warum? Was ist ausgerechnet daran so spannend? Und er betrachtet das halt aus soziologischer Sicht, aber auch aus Sicht eines Heavy-Metal-Fans. Und da muss man sagen, der Mann ist Jahrgang 1965, also war zur besten Zeit dann auch im Teenager-Alter, als es so richtig geil losging mit Metal. Und man mag es ihm heute vielleicht nicht mehr so ansehen, aber er ist wirklich ein Metal-Typ und war es auch in seiner Jugend und ist es bis heute. Allein schon die Widmung ist sehr schön. Wie gesagt, es ist ein Sachbuch in einem Sachbuchverlag und er widmet es einfach mal meinen Metallbrüdern und zählt dann halt seine Metallbrüder auf. Metal-Brüder besser gesagt. Und das ist schon geil. Er hat auch selber mal Musik gemacht und er fragt sich halt selber, warum hat mich das jetzt so angefasst? Warum hat mich das so berührt? Er kommt auf verschiedene Dinge. Da will ich gar nicht vorgreifen, kann ich auch ehrlich gesagt nicht. Also das ist halt, bei einem Sachbuch ist es schwierig, das so zu beschreiben, ohne dass man eigentlich jetzt die Sachen zusammenfasst. Ich will jetzt keine Buchzusammenfassung wie in einer Schule machen. Ich will euch einen Eindruck von dem Buch vermitteln, auch mit dem einen oder anderen Zitat. Und da ist es ein bisschen schwierig, das so zusammenzufassen, dass ich seinen Ergebnissen nicht vorweggreife, sofern ich es überhaupt richtig verstanden habe. Aber es gibt so verschiedene Dinge. Eins ist schon mal der Titel, When Monsters Raw and Angels Sing, das taucht immer wieder als Bild auf. Dieses Monster, was growlt halt, der böse Metaller. Und die Engel, die singen halt einerseits zarte Stimmen, schöne Gesänge oder aber auch einfach feine Gitarrenmelodien. Dieser Kontrast, der ja auch immer die Spannung im Metal erzeugt, also bei guten Songs, wird immer wieder auch hervorgehoben. Schon vor 25 Jahren hat Jan Könuth diesen Zusammenhang, dieses Transzendenzverlangen sinngemäß zum Ausdruck gebracht. Der Titel seines Buches Hungry for Heaven, Rockmusik, Kultur und Religion, ist nach einem Song, das für viele besten Metal-Sängers aller Zeiten Ronny James Dio benannt. Wo aber die Seele in den Himmel strebt, rasselt das Biest umso wilder an der Kette, wie Friedrich Nietzsche uns gelehrt hat. Heavy Metal lässt beständig die Monster los. Sie brüllen in den verzerrten Gitarren und in den wilden Growls. Sie starren und fauchen uns aus tausenden von Songs und Plattencovern entgegen. Aber sie können doch auch nicht verbergen, dass die Harmonien hinter der Verzerrung von großer Reinheit und schlichter Schönheit sind. Dass sich in den emporsteigenden Gitarren-Soli, die sich aus dem archaischen Gerüst aus Rhythmus-Gitarre, Drums und Bessen erheben und in den schwebenden Keyboard-Sounds die Sehnsucht nach Erlösung bahnbricht. Und dass die meist weiblichen Engel-Stimmen, die Symphonic-Epic-Metal-Bands wie Nightwish oder Within Temptation zu Millionen-Sellern verhelfen, ihnen Paroli bieten. Und ja, die Frage ist, warum Metal überhaupt so lange überlebt hat. Also ein halbes Jahrhundert, das ist schon eine ganze Weile und er kommt auch auf das Ergebnis. Damit ist der Käse auch noch nicht gegessen, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Und ich muss sagen, es ist kein einfaches Buch. Also er drückt sich manchmal schon sehr soziologisch aus, muss man so zu sagen. Es ist halt eine Fachsprache. Er kriegt es aber immer hin, das so dann nochmal aufzugreifen wieder, dass er es auch Leuten erklärt, ohne dass es jetzt so sesamstraßenmäßig rüberkommt oder so. Es ist quasi, er fasst so, wenn er so komplexere Sachen schreibt, das nochmal zusammen, damit man es auch als Otto-Normal-Metaller wirklich versteht und jetzt nicht noch tausendmal nachschlagen muss oder sowas. Wobei Wikipedia und ein Wörterbuch nebenher auf dem Rechner aufhaben, wäre vielleicht auch nicht so das Schlimmste. Ich selber habe fünf Jahre Philosophie studiert. Ich kenne diese Art von Sprache, die halt immer sehr genau sein muss, um Dinge wirklich genau auszudrücken und die teilweise auch Wörter zerlegt, um klarzumachen, was man jetzt exakt meint. Das ist eine sehr exakte Sprache und ich kann mir vorstellen, wenn man sehr selten liest, dann ist es nichts für euch. Ganz ehrlich, man sollte schon eine gewisse Leseroutine haben, man sollte Konzentrationsfähigkeit haben, aber gleichzeitig ist es auch unterhaltsam. Also er fängt manchmal an, sehr auszuschweifen und aus seinen persönlichen Erlebnissen zu erzählen. Da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen bei Leuten, die das als Fachliteratur lesen, wie er halt so selber sagt, diese Befürchtung, das eine oder andere Lager jeweils immer zu verschrecken. Ich finde die Stelle natürlich besonders schön, weil es aufzeigt, warum er dieses Buch schreibt, warum er diese Liebe zum Metal hat. Aber andererseits ist das schon sehr schwägerisch manchmal, aber auch, wie gesagt, voll schön. Und da verlässt er so die Sachbuchebene so ein bisschen und erzählt einfach nur. Manche Sachen sind, wie gesagt, sehr formell ausgedrückt, zum Beispiel diese Stelle. Musik wissenschaftliche oder neurophysiologische Versuche eines einfachen mechanischen Reduktionismus, der etwa annimmt, dass hohe Lautstärke, physische Aktivierung und posierende Rhythmen einen ganz bestimmten psychophysischen Zustand mechanisch bewirken, laufen ins Leere. Resonanz bleibt unverfügbar. Sie lässt sich nicht kausal erzeugen und ist in ihrer Wirkung ergebnisoffen. Allerdings wird die Erfahrung dessen, was Metal sein und bewirken kann, notwendig verfehlen und verkennen, wer sich der Erfahrung der physischen Wirkung dadurch entzieht, dass er oder sie die Musik nur leise, auf kleinen Lautsprechern und stets mit der entsprechenden analytischen Distanz hört. Die Überzeugung, dass man sich schon vorstellen könne, wie das Laut wirke, führt schlicht in die Irre, denn die Differenz zwischen leise und laut ist im Metal keine graduelle, sondern eine kategoriale. Die hat Herbert Grönemeyer so ähnlich formuliert. Bei ihm heißt das nur allerdings Musik, nur wenn sie laut ist. Insofern ist es manchmal schon anstrengend zu lesen, aber ich habe es auf eine gute Art anstrengend empfunden. Und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, so ja, was soll das denn? Warum muss man sich so wissenschaftlich damit beschäftigen? Gehört das Feuilleton, gehört Wissenschaft, gehört das in den Metal? Und ich denke schon, ja, weil, come on, wie gesagt, wir sind ein halbes Jahrhundert jetzt am Start und es ist ein soziologisches Phänomen. Wir sind eine sehr große Bevölkerungsgruppe, wir sind eine sehr sture Bevölkerungsgruppe. Also natürlich fragen sich Menschen, warum, was ist die Wirkung, was ist eigentlich so dieses Ding hinter Heavy Metal, hinter der Soundwand, warum so viele Menschen so davon begeistert sind. Und das sind wir. Wir lieben diesen Scheiß und Professor Dr. Hartmut Rosa liebt diesen Scheiß. Und es ist schon eine spannende Frage, wieso eigentlich? Also ich weiß nicht, ob ich euch auch mal im Spiegel mal angeguckt habe und gedacht habe, warum habe ich eigentlich so einen Lärm? Warum gerade diesen Krawall und warum packt es mich immer wieder an und warum kann ich mir ein Album tausendmal anhören und es verliert nicht seinen Reiz? Warum gehe ich bei Ace of Spades immer noch ab wie Schmitzkatze? Und das macht schon Spaß und wenn man sich dafür interessiert, da mal hinterzuschauen und gerade aus der Sicht von jemandem, der das ganz anders ansieht, als zum Beispiel so Kolumnisten in Metal-Zeitschriften oder sowas, die da einen anderen Blick drauf haben, die eher so an die Fanseite gehen. Natürlich ist dieser Mann auch Fan, aber er geht halt wissenschaftlich ran und ich fand das mega spannend und muss auch sagen, vom Kohlhammer Verlag sehr mutig und sehr cool, dass sie sich da mal aus ihrer Komfortzone der Sach- und Fachbücher wagen und dann mal eine Reihe starten, wo ich mich auch echt frage, wird das von den Leuten angenommen oder nicht? Und ich selber fand es jetzt mega spannend und fand es auch sehr, sehr schön, dass sie mir das geschickt haben. Den zweiten Band, da kann ich ja jetzt schon mal ein bisschen teasern, Make Metal Small Again, 20 Jahre Malmzeit, den werde ich auch demnächst rezensieren hier, der ist schon draußen und dann im dritten Buch wird es um das Verhältnis von Metal und Satanismus gehen, auch interessant. Ist das sinnig, das so zu machen? Ja, definitiv, weil zur Musiktheorie gehört auch sowas halt, dass man die psychologischen und soziologischen Aspekte dahinter erforscht und ergründet. Und da ist dann halt auch mal der Nietzsche dabei und der Adorno sind am Start und dann wird es halt auch mal ein bisschen wissenschaftlicher und wie gesagt, das sind keine Bücher für jeder Mann und jeder Frau. Man muss sich da schon ein bisschen, also man muss Bock haben, sich damit zu beschäftigen, aber dann macht es Spaß und es ist halt nicht so knallhart wissenschaftlich geschrieben und in Wissenschaftsduktus geschrieben, dass man nicht durchsteigt. Das auf gar keinen Fall. Es lässt sich sehr gut weglesen, sage ich mal so, aber mit erhöhter Aufmerksamkeit und ja, wie gesagt, vielleicht das eine oder andere Nachschlagewerk nochmal daneben stehen haben, um im Zweifel dann nochmal nachzugucken, weil es geht halt wirklich auch, wie gesagt, um sehr präzise Sprache. Es geht um sehr präzise Ausdrucksweise, das heißt auch um präzises Verständnis und ich fand es cool. Also ich fand es sehr, sehr schön, das zu lesen, hab da auch echt mal neue Einblicke gewonnen und manches wiedererkannt natürlich auch und muss sagen, dass ich glaube, das wird auch für viele Leute, die so im journalistischen Bereich sich mit Metal beschäftigen, ein Standardwerk sein. Und hat mal einen neuen Blickwinkel auf meine Lieblingsmusik geworfen, ohne sie zu zerpflücken, ohne sie zu Tode zu analysieren oder sowas mit der gegebenen Distanz, aber auch mit der gegebenen Liebe zur Materie. Und insofern kann ich da für alle Leute, die Lust drauf haben, eine klare Leseempfehlung rausgeben und bin gespannt auf die anderen Bände aus den Metal Books. Und ja, holt's euch. Wie gesagt, es sind 160 Seiten Inhalt, dann nochmal 20 Seiten ungefähr Glossar, das heißt Worterklärungen, Quellen, Nachweise und so weiter. Kostet 20 Euro, gibt's überall im Buchhandel, Kohlhammer Verlag von Hartmut Rosa. Hol's euch einfach für Weihnachten, ist jetzt schon wieder zu spät, aber ich glaube, das ist auch kein Geschenkbuch, das ist tatsächlich ein Buch für Menschen, die sich wirklich dafür interessieren und Lust haben, tief in die Materie einzutauchen. Und ja, wie gesagt, demnächst dann das 20 Jahre meinem Zeitbuch, da bin ich auch so drauf gespannt, das ist glaube ich dann wieder eher etwas lockerer und da kriegt ihr dann demnächst das Review hier. In diesem Sinne, lest mehr Bücher, hört guten Metal, bleibt true, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.